Das Ziel im Blick mit einer klaren Strategie und einem Fokus auf Erfolg, das macht dieses Team aus. Das Team der Finanzagentur von Jochen Biderer. Allesamt selbstständige Finanzberater für die Deutsche Bank in Schweinfurt. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich die Tür aufsperre und wenn einer nach dem anderen ins Büro kommt. Den Spirit, was wir tagtäglich erleben, den wissen die Kunden zu schätzen, den wissen wir im Team zu schätzen. Das macht jeden Tag Spaß. Seit zehn Jahren ist Jochen Biderer selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank. Alleine hat er begonnen. Heute koordiniert er 15 selbstständige Finanzberater. Sein Team, Experten für alle Finanzfragen. Geballtes Wissen, auf das sich immer mehr Kunden verlassen. Stolz bin ich natürlich jeden Tag. Das heißt, wenn ich auf der Straße jemandem begegne, wo ich weiß, der wohnt jetzt im eigenen Haus, das wir finanziert haben. Oder ein Kunde, dessen Altersvorsorge wir gewährleistet haben. Von der Seite bin ich jeden Tag froh, welchen Job wir hier machen für die Deutsche Bank. Mit einem eigenen Team für die Kunden da sein. Das war der Traum von Jochen Biderer. Als selbstständiger Finanzberater konnte er sich den ermöglichen. Seine Aufgabe? Die Leitlinien vorgeben. Die Strategie. Und jeden Einzelnen stark machen. So viel Verantwortung. So viel Wachstum. Das ist der Lohn für seinen Schritt in die Selbstständigkeit. Es lohnt sich, so ein großes Team aufzubauen. Zum einen aus Kundenseite, um einfach die nötige Expertise in der Finanzwelt bieten zu können. Zum anderen einfach für den Team Spirit an sich, weil das Team einfach durch die einzelnen Persönlichkeiten lebt und wir jeden Tag aufs Neue vor Herausforderungen gestellt werden, die wir nur gemeinsam lösen können. Jochen Biderer. Im Team erfolgreich. Als selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank. Daher ist der Lohnflucht. Im Team 3 Naher ist der Lohnflucht. Im Team 4 Im Team 4 Im Team 5 Im Team 5